hallo und willkommen zurück zu holo night ich habe gallian gerade besiegt so nach etwa 7 8 tries und er hat mich also im selben wir haben uns im selben frame getötet und ich bin gerade wieder hingerannt und ich habe schon so gedacht ach scheiße ich muss das jetzt nochmal machen krass still tough i'm strong am i not when you see our king surely you will tell him of my valor yes he sent you here to test me didn't he i knew he had not forgotten brave galleon i am ready to join you now brothers you and i let leave us this place together okay krass 150 von diesem zeug gegeben coole sache das heißt wir können jetzt noch mal genau was wir uns letztens gegeben hat das war nur so voll das war doch nur irgendwie so ein amulett oder sowas glaube ich zumindest ich bin grad unsicher auf jeden fall wird es wohl mehr von denen geben wir richtig ja hier sind wir richtig woher bist du denn und ich bin snaps woher bist du denn woher bist du denn Scheißteil. Boah, wie viele verschiedene Gegner es gibt, ne? Voll krass. Der da war es. Star King Devote. Worshipers. Herod the Beast. Okay. Oh, wer bist du? Dieplang. Okay. Oh, a Galleon. A knight strives not to protect the land of its people, but he hopes and dreams of the kingdom. But the hopes and dreams of his kingdom. Ow, ey. Oh. Okay, dann weiter. Little Weaver. Wir behalten mal den starken Schlag im Anschlag. Ah, das hat ja super funktioniert. Oh, ich glaube, das war nicht so gedacht. Okay. 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 funktioniert hallo Und hallo Wow Wir müssen uns hier das mal Oh, das war ja sehr fair, mir Schaden zuzufügen, bevor ich mich bewegen kann Hopfa, hopfa Was für ein Scheißgebiet, Alter Deep Nest Another bit here Ah Ach, diese Thorns sind eine gute Sache, dass ich die gekauft habe, die kann man immer mal wieder gebrauchen Okay Oh, wer willst du denn? Maskmaker Maskmaker Oha Is it mask a face upon the creature in hollowness a difficult thing? It can't to be to decipher Okay, a wonderful thing to have, a face, not a thing with which we are blessed Okay Wie? Ist hier nichts? Oh, this kingdom is faceless, I shall provide a mask face Okay Okay Das heißt Nichts von wert hier Ah, fuck Schade Fuck me Boah, ich kotze, ne Einmal hier Mal über 2000 Dinger schon, ne Lass uns mal hier runter gehen Oh, wow, 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 wow Erstmal hier, weil gerade wenn der irgendwie wieder so zwei Schlagaktionen macht, dann ist das nicht so geil Das kommt, komm Aha Mach uns mal Aha Na, da bin ich hier, will ich ja, das ist, da habe ich mich ja irgendwie hingecheatet Aber hier unten habe ich was gesehen Also falls man bei den Problemen hat oder was Natürlich falle ich genau in das Loch rein Na, geht mir doch nicht auf den Sack Ich kann es kaum abwarten Und das meine ich komplett ernst, mit diesem Spiel fertig zu sein, haben wir dann das komplette Wiki durchzulesen Ah Ah I'm not a smart man Einmal beteilen Ich kann hier runter gucken, das bringt mir absolut gar nichts Moment, das will ich hier gerade noch nachsehen 2.300 Geo 2.300 Geo Ernsthaft, hier ist eine Stack Station Okay, da kann ich anscheinend nicht für Achso Okay, da kann ich nicht ran Ja, müsste ein Aufzug hinkommen Nein, da möchte ich noch nicht rein, ich möchte erst die Stack Station Das macht 50, das ist nicht mehr, das ist ein bisschen mehr als 10% Und hier leider ohne Achso Auch wir Distant Village sind Pass auf, wir machen mal kurz zu Hidden Station Machen das Ding voll So, einmal bitte Map Update Guck mal, das sieht doch cool aus hier, oder? Tatsächlich haben wir bis auf hier unten die beiden Dinger, wo ja dieses schwarze Teil ist, haben wir Diebnest fast komplett erforscht Ihr denkt doch nicht, dass wir jetzt einfach Diebnest machen, hahaha Kannst voll vergessen So, wir sind jetzt nämlich wieder in den Infected Forgotten Crossroads Hä? Wieso fand ich denn nicht runter? Ernsthaft? Dann gehen wir halt den Weg Warum auch immer wir hier sind Au Die chillt hier nämlich auf ihr Leben Ich kaufe mir jetzt mehr Sachen 100 2 more Okay Charminstone Ja Für was weiß ich für sonst ich das sonst ausgeben soll So Ich habe zwei neue Dinger gekauft und hier habe ich alles außer den letzten, warte was kostet der? 1800 mal nicht, ne Könnte ich mir prinzipiell Ne 1400 Könnte ich mir, könnte ich mir also kaufen von meinem Geld her, den ich, dass ich habe Na, was kannst du? Ne Ich habe mich gar nicht dicht Charminstone Increases the power of spells Brauche ich nicht Quick focus increases The speak of focusing soul Will Das will ich haben Gut Ich muss zwei loswerden Soulcatcher auf gar keinen Fall Steady buddy Steady buddy The sounds of agony Weil ich sag mal so, ne Oh Ich sag mal so, ne Das habe ich, äh Steady buddy Soulcatcher Gathering song Wayward compass Steady buddy Was hatte ich noch? Fuck Steady buddy habe ich drin Grab song How do the thorns, ne Genau Habe ich sonst noch irgendwas für eins, was ich einfach so mit rein tun kann Ich frage ich, sonst sollen wir das sparkle slowly Denkens Defenders crest Brauche ich auch nicht Gain soul When taking damage Brauche ich sonst noch nix Gut Dann Wenn wir den grab song noch mit rein, so als denke wir zwischendurch, warum nicht Und ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber es ist nicht gut Fuck Es ist nicht gut So warte kurz Hier runter Oh, warte, warte Ich höre was Oh, warte, warte, ich höre was Oh, warte, warte, ich höre was Aber was höre ich hier irgendwo Ist Naja, irgendwo hier ist noch so eine dämliche Raupe So Hidden station ist falsch, ich habe aus Versehen die falsche genommen Gut Distant village Wir haben fast alle Wir haben fast alle Gut Gut Aber ich sag mal in diesem Punkt Danke fürs Einschalten Tschüss, bis zum nächsten Mal Und ich sage es noch mal in diesem Punkt Und ich sage es noch mal in diesem Punkt